Nachdem ich dann noch die Filter drüber gepackt habe, ich konnte zwar ein bisschen mehr Farbe rausholen, aber es sah am Ende nicht besser aus. Sah nicht besser aus? Ja, GG, Leute. Hi. Ja, GG, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Hi, scho, ja, und mit dabei geht natürlich noch Böder und Kagun. Hallo. Hallo. Oh, Böder und Kagun. Und tschüss. Und tschüss. See ya. Nyao. Guck mal, der ist steif. Guck mal, der ist steif. Guck mal, der ist steif. Was? Die steif. Von links kommen sie. Was? Mocke. Hat doch nur gesagt. Oh, jetzt mach sie die selber weg. Der Hinweis ist bei mir. Der Hinweis ist bei ihm. Der kommt von mir an. Du trefft ihn nicht. Du trefft ihn immer noch nicht. Du trefft ihn nicht. Hä? Wenn da ist James drüber gelaufen, irgendwie. Äh. Komm näher von mir. hier. Ich bin aus dem Boss raus bei dem Boss. Äh. Äh. Das klingt toll. Als wenn jemand gleich irgendwie daher so kommt. habe ich aber getroffen ich habe natürlich hat doch gesagt von da kommt einer ja mit einem scharfschütze durch das fenster geübt von links von euch kommt gleich einer ist tot oder was geschmissen wieder von oben einfach zum werfen wenn er stirbt ist das weg rechts oben ist ja noch ok ich bin drin links oben ist oben oben ach so bis draußen ich weiß nicht wer die wiederbelebt hatte da war doch noch einer mit einem heckenschütze außen habe ich doch gesagt bei mir ja wer hat die jetzt wiederbelebt die lebt ja gerade wieder also was war die mit heckenschütze weiß ich nicht aber ich hab die gerade gekillt und dann lebt sie wieder und jetzt ist sie wieder tot und die wird jetzt nicht aufgestanden sein weil so glücklich so bist wer hat er einen hat einer negro außen ja ja ist tot ja gut gut gemacht ich weiß nicht ob jemand fehlt wir haben nur zwei bis jetzt ja ich glaube der bei ragun oben ist noch einer aber einer könnte mich schon holen ist doch raus gehübt ja ist die hier ja ja ich war ja oben ich war ja drin ja aber du warst ja rechts nicht aber fehlt uns doch jemand ich hab doch nur zwei leichen hier ja okay ich lass das hier oben durch komm zeig dich wo bist du bla 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 ich renne hier durch und hier ist einfach niemand hier oben drin ja er sei natürlich da draußen irgendwo rumgammelt wenn du sagst irgendwo ein heckenschütze ich weiß ja nicht wer der heckenschütze war aber bürde bürde wie sah die aus die person ich glaube guck doch nach du kannst doch nachgucken ja guck doch gerade ja hier diese schwarze lady lacht davon eine tot rum hast du gesehen doch das verschwenden nass keine ahnung hast du gesagt die mangel zu lött ja ja aber ich ja da liegt doch nur einer oder ja ja da liegt einer ja aber wie ist die wieder aufgestanden ich hab die gekillt auf einmal stand die wieder ja vielleicht durch nekro vielleicht durch nekro wer hat nekro natürlich hab natürlich ne man wir waren es doch nur zwei keine hausse keine ahnung da waren noch ein paar xp so kann ich schon irgendwie entfackeln Da fackelt schon jemand. Oben habe ich schon gefackelt. Da unten die könnt ihr noch looten. Glaub ich oder? Na ja. Oha. Dann würde ich sagen, geh mal weiter. Also wenn doch, wer hier Muni braucht, ne? Hm, ne, ich bin voll. Stimmt. Na gut. Okay, gehen wir weiter. Wo muss denn hin? Wo geht's denn hin? Anleihen oder so. Oder? So heiße Hütten, stopp. Lass da mal gucken gehen, ob da noch alles in Ordnung ist. Na Raben? Wo? Weiß nicht. Irgendwo hinter uns. Ich sehe keine fliegen. Ich habe auch keine gehört. Aber es war relativ weit weg. Oh, keine Ahnung. Eine kokelte. Ja, die müssen beide kokel. Oh, meinst du, sonst gibt's Rache. Sie fallen uns in den Rücken und schießen uns alle. Ja. Hm, nö. Oh, ja. Oh, das ist was für. Hui. Oh, nix. Godel. Gelbes Zeug in den. Ja. Gelbes Zeug in den. Gelbes Zeug in den. Hm, geil. So, come on, Baby. Bang, bang. War das was, ne? Ja. Ja, los, hier. Raus den Maul. Hier liegt nix. Was, hier liegt nix? Ne, ne, da liegt nix. Cool. Ha. Da liegt auch gar nix. Ne, ne, da liegt nix. Cool. Da liegt auch gar nichts. Bin begeistert. Äh, hier sind Gegner, ne? Cool. Hier sind Gegner. Aha. Schick. Aftbombe hat niemand, oder? Jetzt haben wir. Aftbombe? Äh, ne. Ach, Böde, warum ist das getan? Ich hab im Ohr wo von ein Lied, ey. Vielleicht krieg das nicht mehr aus nur mit einem Schädel. Okay. Nein, 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 nein. Danke. Okay. Der Ende, beschlagen. Oh. Bang, bang. 115, 135. Was im Südwesten? Andere Seite von dem Ding halt. Das ist wieder kurz niemand. Ist dir Gott niemand? Da ist doch keiner drin ne? Ne ne, aber lauter. So, da geht ein Zombie ab. Andere Seite. Oh, Zombie. Da hat er wieder übergeschlagen. Da drin. Wo denn? Ja, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast. Der sagt, dass du jemand gesehen hast. Ne, ich habe jemanden schlagen gehört. Da ist er einfach scherz, dass ich halber schon angefangen mit dem Bus. Ja. Ja. Ich kann mal gucken, ob ich von Fallen überhaupt bauen kann. Ja. 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 Wo ist die hier denn? Ich stehe vorhin gerade daneben an. Oh, der ist auch. Der Bezirke langsam auf 2,40 rumlaufen. Na gut, dann sagt mir gerade gar nichts. 2,40. Ungefähr da, wo wir reingekommen sind. Seht ihr wen? Ich glaube, ich bin hier oben auf dem Dach drauf. Äh, wer ist da denn mit dem Donner? Echt? Guck mal, am besten hinten ein bisschen den Raum, wo wir reingekommen sind. Beziehungsweise die Tür. Weil die ist halt nicht verbarrikadiert hier. Ah ja, genau, die ich auch wieder gepackt habe. Komm rein. Hab einen, da draußen. Sehr gut. Der ist tot. Ich kann mich auch drücken, wo jemand. Bang, bang. Bang, bang. Nope. Komm, Mann, komm, einer rein, wo wir reingekommen sind. Wir kommen los hin. Hab den anderen hier. Zweiten. Sehr gut. Das sind ja Ritter. Da sind ja auch noch nicht, oder? Dort ist ein Funscher ein. Ich geh nach da ein. Ja, ja. Okay, ja, geh dich doch mal. Dann wird das zweite. Habt da eine drei. Ja, gut. Tot. Da warst du es. Hey. Sorry. Ja, das ist doch noch ein Team, oder? Weiß nicht. Naja, bei einem anderen Post. Da könnte nur einer sein. Ich glaube, wir müssen den, äh... Ich glaube, wir müssen den, äh... Wir müssen nach oben her übernehmen. Ja, direkt um die Ecke, oder irgendwo. Ja, direkt um die Ecke, oder irgendwo. Wir müssen die gefährden. Wollte aber jemanden rufen, oder? Ich weiß nicht, ne? Die haben doch noch... die haben doch nicht so schnell alle leute geholt also die ihr habt ihr doch die ganze zeit getötet wir haben doch vorhin haben wir doch welche gekillt ja aber habt ihr jetzt sechs stück gekillt ja aber fünf das kann sein und kann ja auch sein der eine beziehungsweise eine person die jetzt den anderen was gemacht hat vielleicht war der letzte der übrig geblieben ist von dem von der ersten gruppe hat der ist der boss da unten gemacht oder so weil da haut jetzt einen allein okay guck mal geil gelaufen keine ahnung hätten auch ausrinnen können oder da kann ich mit klar würde jetzt nicht auf sie sitzen du fühlst dir also an schnell zu sprinten krass richtig super ich bin so ein bisschen kaputt anstrengend keine musik sagte voll tun sie anstrengen das alles was nicht die afrika ist das schon mal sehr geil cool ein bau und die da nicht auf und ich auch hier so gewaltmarsch ein bounty kommt geflogen aber dennoch betrogen es wird sicher spannend ja eine klasse ich fasse es nicht da kippen die leute und jetzt ab da oben das pferd lebt noch krass krass das pferd krass das pferd immer noch leiden und sonst so ich weiß ich bin so ein bisschen müde ein bisschen müde so ja ist ja schon fast 13 uhr Mittagsschlaf halten und so es ist ja irgendwie ungewohnt dass ich viel mehr einspringen muss und was sagen muss echt ey das ist echt ein bisschen das ist echt ein bisschen das ist echt ein bisschen blöde reiß dich mal ein bisschen zusammen ich muss ja wissen ich mehr reden als sonst Herr Kuhn hat ja schon mehr mehr Sprechseite aber das ist doch jetzt mal ganz schön dass man weiß dass du das auch eigentlich kannst ne ich kann das nicht ich kann ja nicht hinterher ist er voll müde so schläft bis 15 uhr Zwecke zu ich hab keine andere Wahl ich hab keine andere Wahl ja so langweilig ey das ist doch nicht langweilig jetzt hier echt ey ich hab keine Kills gemacht was ist daran spannend ja mach ich sie selber ne ja fand ich auch nicht spannend von dir hast du recht toll aber es war spannend ja spannend spannend hier ich hab keine Kills gemacht das hat was neues ja jetzt wo du saß ja klappt auch so ja hier sind gefühlt in einem Jahr geht gar nichts mehr hier auch doch heute ging eigentlich was gut ja auch heute war echt gut Rudel du musst am Discord ja ja du musst am Discord ja ja Discord Entschuld hast du auf was ist uh vier wat k ei die kurze du je die die ıl man Musiker sind auch nicht mal das, was sie mal waren. Richtig. Ja, irgendwie. Ja, früher aufstehen und dann noch so lange Musik machen, das funktioniert auch nicht mehr. Sonst, Musiker stehen ja spät auf und machen spät Musik. So, mal gucken. Ich habe keine Tasten. Du hast keine Tasten. Alter, was? Nein. Ja, alter, was hab ich auch gerade gedacht? Wo kommt das denn her? Wann ist das passiert? Wann war das? Weiß ich auch nicht. Was hatten wir denn? Oh, ich hatte fünf. Mr. Ragun hat zwei. Mr. Ragun hat zwei, muss ich gerade sagen. Und da war auch noch Böden dabei. Ja, ist ja nicht schlimm. Musst ja nichts machen. Ne, ne, macht ja nichts. Schreibt mal in den Kommentaren. Ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Ja doch, er ist voll motiviert. Ja, voll. Ich bin Mutti. Ey, aber wenigstens bin ich wieder gesunken. Ich habe nur noch 0,79. Hahaha. Echt? Wann, 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 wann habe ich denn? 1,33. Ja, ja. Aber ich habe immer noch die 88. Wie immer. 0,88? Naja. Ne. Das war so wohl eigentlich relativ gut. Hm. Komisch. Naja. Ich hänge immer auf der 88. Warum aber immer. Keine Ahnung. Ihr hängt auf jeden Fall nicht mehr auf der Folge. Die ist auf jeden Fall jetzt zu Ende. Und falls es euch gefallen hat, soll es gerne like da. Und schaltet beim nächsten Mal zur Anschauung wieder ein. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Ist so, oder? Klar. Tschüss. Ja.